Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Höller und ich möchte dir gerne mein neues Buch Denken, Handeln, Wohlstand schenken. Ja, du hast richtig gehört, ich schenke es dir. Warum tue ich das überhaupt, werden sich vielleicht einige von euch fragen. Ganz einfach, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch seine Ziele und seine Träume verwirklichen kann und auch verwirklichen sollte. Und genau darum geht es in meinem neuen Buch Denken, Handeln, Wohlstand. Hier zeige ich dir, was erfolgreiche Menschen gemeinsam haben und gebe dir zusätzlich noch praxiserprobte Übungen mit auf den Weg. Diese kannst du in deinem täglichen Leben eins zu eins nutzen. Nein, ich verbessere mich, du solltest sogar eins zu eins diese Strategien so nutzen, um deine individuellen und eigenen Ziele zu verwirklichen. Zu meiner eigenen Person nun schon mehr als 8,2 Millionen Menschen haben meine Bücher gelesen, meine Audios und Videos gesehen und gehört und meine Seminare live besucht. Mein eigenes Unternehmen, die Jürgen Höller Academy, wurde dabei 2017 von der Zeitschrift Financial Times als 495 schnellstwachsendes Unternehmen ganz Europas ermittelt. Daher würde ich mich sehr freuen, dir meine Ratschläge mit auf deinen Weg geben zu können. Alles, was du tun musst, um dir mein Buch zu sichern, ist auf den Button unter oder neben mir zu klicken und dort deine Adressdaten einzutragen. Außerdem bitte ich dich um eine kleine Beteiligung an den Versandkosten. Und dann bekommst du mein Buch Denken, Handeln, Wohlstand auch schon kostenfrei von mir nach Hause geschickt. Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, wenn du dich dafür entscheiden würdest, dir dieses so wichtige Buch zu sichern, da ich fest daran glaube, dass jeder Mensch und damit auch du seine Ziele erreichen kann und ein Leben in Freiheit leben kann. Deshalb wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Lesen und würde mich sehr über dein Feedback auf einem meiner Social-Meter-Kanäle freuen. Beste Grüße, dein Jürgen Höller. Beste Grüße, dein Jürgen Höller. Beste Grüße, dein Jürgen Höller.